Willi, du bist schon ein paar Jährchen hier. Real Madrid zu Gast in Leipzig. Wie fühlt sich das an? Ja, das nächste Highlight. Ich glaube, wir hatten jetzt schon in den letzten Jahren einige Highlights. Schöne Spiele, auch gerade in der Champions League International. Und ja, ich freue mich ungemein. Ich glaube, die ganzen Fans, der ganze Verein freut sich, alle Mitarbeiter. Aber auch zu Recht, weil Real ist natürlich eine Hausnummer. Eine absolute Hausnummer. Trotzdem fehlen wohl anscheinend einige Topspieler. Benzema, Valverde, Modric. Lässt sich das heute Nacht ein bisschen ruhiger schlafen? Ja, ich glaube, die Jungs, die dann trotzdem morgen auflaufen werden, sind mindestens genauso motiviert und haben ähnliche Qualitäten. Man könnte jetzt einige Spieler nennen, aber ich glaube, man kennt die natürlich. Aber ja, wir müssen es so annehmen, wie es kommt. Die werden trotzdem auch eine überragende Mannschaft auf den Platz stellen. Ich glaube, die Mannschaft ist von den Namen her überragend besetzt. Auch das, was von der Bank kommen kann. Deswegen werde ich auch so gut schlafen, auch wenn Benzema und Valverde gespielt hätten. Aber ja, es wird immer ein gutes Spiel. Definitiv ein gutes Spiel, ein intensives Spiel. Du bist absoluter Dauerbrenner, spielst quasi jede Minute. Sind da noch genug Körner da, zum jetzigen Zeitpunkt dann nochmal den extra Meter morgen zu gehen? Ja, absolut. Ja, aber ich glaube, auch Real Madrid hat unheimlich viele Spiele. Das ist jetzt momentan so im Top-Fußball. Die Mannschaften, die international spielen, die auch relativ weit kommen, auch international und auch in den Cup-Wettbewerben, die haben eben eine hohe Belastung, auch gerade die Nationalspieler. Aber das ist ja auch, was uns Spaß macht. Und ich spiele auch lieber, als ich trainiere. Von daher sehe ich das als positiven Stress. Und wir müssen eben schauen, dass wir auch in den entscheidenden Momenten gute Entscheidungen treffen. Dann kann so ein Spiel dann auch mal mit der Energie der Fans auch ein bisschen leichter fallen. Dann gegen so einen Top-Gegner, gegen so einen Top-Namen. Und das hoffe ich dann auch für morgen. Worauf kommt es dann an morgen? Wir haben es in Madrid ja wirklich richtig gut gemacht. Am Ende hat es nicht gereicht. Wie machen wir es morgen noch besser und gewinnen das Ding vielleicht? Ja, wie gesagt, ich glaube, wir haben es überwiegend gut gemacht. Knapp 80 Minuten haben es ordentlich wegverteidigt. Viele Situationen schon vorher gelöst mit unserem Aktiven nach vorne verteidigen. Und wir müssen schauen, dass wir effektiv nach vorne hin arbeiten, dass wir unsere Chancen, die wir kriegen werden morgen, das hatten wir auch im Hinspiel, dass wir die, wenn es geht, frühzeitig nutzen und dann auch mit unseren schnellen Stürmern versuchen, dann auch weitere Kontermöglichkeiten auszuspielen. Wir brauchen eine hohe Effektivität, ein gutes Verteidigen. Und einfach eine gute, solide Leistung bei 90 Minuten. Dann können wir auch das Spiel morgen gewinnen. Das klingt sehr gut für dich. Wir freuen uns auf morgen Abend und viel Erfolg dir. Bis morgen. Marco, es geht in die heiße Phase der Champions League-Gruppenphase. Die Königlichen zu Gast in Leipzig. Ganz persönlich, Anspannung oder einfach unglaublich Bock auf ein geiles Spiel morgen? Ja, von beiden war es. Also Anspannung grundsätzlich immer da, aber eher positiv, weil wir uns darauf freuen, weil wir Lust drauf haben, weil wir jetzt nach einem guten Block bis hierhin mit vielen positiven Ergebnissen einfach natürlich auch die Chance wittern, morgen für uns vor eigenem Publikum etwas Cooles erreichen zu können. Am Hinspiel gab es viel Lob in Madrid für die Leistung, für ein gutes Spiel der Mannschaft. Letztes Quäntchen hat gefehlt am Ende. Wie machen wir es morgen besser? Wie schlagen wir Real Madrid? Ja, für Lob können wir uns nicht viel kaufen, wenn dann am Ende das Ergebnis nicht stimmt. Und vor allen Dingen, selbst wenn es stimmt, musst du dann im nächsten Spiel wieder liefern. Morgen wollen wir genauso gut und fleißig verteidigen. Wir wollen ähnlich mutig wie in der ersten Halbzeit Fußball spielen. Unsere Chancen besser nutzen als im Hinspiel natürlich auch. Das Spiel offen halten, so lange wie möglich, um dann zuzuschlagen. Und Madrid hier einfach auch einen großen Fight liefern. Heute bereits einige Male Thema. Dem Team von Carlo Ancelotti fehlen einige Topstars. Benzema, Modric, Valverde. Leichter wird es definitiv nicht, das ist glaube ich klar. Veränderst du das Spiel trotzdem für uns? Was kommt auf uns zu? Also uns fehlen Laimar, Klostermann, Olmo, der nur teilweise einsetzbereit ist. Also das vergisst man dann auch immer wieder. Ich glaube, dass da trotzdem noch ein paar richtig gute Jungs hinten dranhängen. Vasquez haben wir vorhin schon gehört, Asensio. Tolle Fußballer, die sicherlich Carlo zeigen wollen, dass sie in die erste Elf gehören bei Real Madrid. Und dementsprechend muss das nicht immer ein Vorteil sein. Abschließend noch die Frage, was gibst du den Jungs noch mit vor so einem besonderen Spiel, vor so einem wichtigen Spiel heute im Abschlusstraining, aber auch dann morgen in der Kabine, bevor es dann auf den Platz geht? Ja, vor allen Dingen eine Idee natürlich, wie wir es angehen wollen. Und dann glaube ich, sind die Jungs in so einem Spiel einfach aus Champions League. Es ist Real Madrid, wir haben ein Heimspiel. Also so viel, glaube ich, muss ich als Trainer jetzt gar nicht dann mit auf den Weg geben, sondern ich glaube, da sind die Antennen draußen, die Lampen an und die Jungs freuen sich auch morgen. Sehr gut. Die Jungs freuen sich. Wir freuen uns. Marco, viel Erfolg morgen Abend. Dankeschön. Viel Spaß. Dankeschön.